Hallo zusammen, heute ist der 14.08. Zeit für ein neues News-Update. Auch wenn die einzige neue Neuigkeit ist, dass wir die Tausender-Marke geknackt haben, was natürlich extrem cool ist. Das ging ja in den letzten Wochen richtig fix alles. Also primär denke ich mal dank der neuen DSA-Serie, also dem Geheimheim-Haupt-Haupt-Projekt oder wie das nochmal war. Ja, das ist auch sehr gut angekommen bisher. Und ich bin auch echt sehr positiv überrascht, dass es doch so gut ankam. Ich hatte ja am Anfang echt meine Zweifel gehabt, ob die Art gut ankommt oder ob das Spiel überhaupt akzeptiert wird. Weil klar, es ist ein Klassiker, aber es ist trotzdem recht schwer anzupacken. Also zum einen, weil die Steuerung doch recht anstrengend ist teilweise und weil es recht viele Wiederholungen gibt. Also man kommt wieder in die Stadt rein, man sucht eine Taverne, man geht weiter. Es gibt nicht ganz so viel optische Abwechslung. Aber trotzdem wird es gut geschaut. Die Zahlen stimmen, also die Zuschauerzahlen, die Daumen hoch, die Kommentare, ist alles super. Ja, daran wird es wohl gelegen haben, dass wir die Tausender-Marke so schnell geknackt haben. Aber ich bin zuversichtlich, dass es weitergeht in diesem Pempo, wenn nicht sogar einen Ticken schneller. Denn es werden ja immer mehr Videos und dadurch wird die Möglichkeit größer, dass ich gefunden werde. Also von allgemein neuen Zuschauern. Das lässt also noch hoffen. Ähm, sonst gibt es nicht wirklich viel. In den letzten Tagen war es ein wenig schwer, die Quote zu halten. Also einmal wegen der Arbeit, obwohl ich gar nicht so häufig einspringen musste. Aber auch wegen anderen Real-Life-Sachen. Aber es müsste eigentlich einigermaßen okay gewesen sein. Also es ist jeden Tag mindestens ein, zwei Videos hoch. Und das ist zu verkraften, denke ich. Äh, ich habe es sogar mal wieder geschafft, ein Planescape-Torment-Video hochzuladen. Das war ja auch schon wieder Wochen her. Äh, aber ja. Es kommt immer wieder was und irgendwann haben wir auch das Projekt abgeschlossen. Spätestens, wenn ich mit Grimrock durch bin, habe ich ja wieder ein bisschen Zeit für andere Sachen. Also wahrscheinlich werde ich dann aber die Zeit eher erstmal darauf verwenden, die Quote bei DSA und Warf Fortress zu halten. Dass da jeden Tag mindestens eine Folge kommt. Aber na gut. Eigentlich schwafle ich jetzt nur noch. Die wichtigste Neuigkeit waren halt die 1000 Abonnenten. Vielen, vielen Dank dafür. Auf, dass es bald 10.000 sind. Und bis dann.